Adcontroller.rende Icatile 8 Kiel, deutsche Presseagentur-LSW-Mines ein 21-Jähriger ist beim Schwarzfahren nach Paris erwischt und daraufhin in Kiel, Ortenaukreis, festgenommen worden. Der Schwarzfahrer war während der Fahrt am Freitagnachmittag zudem mehrfach durch aggressives Verhalten aufgefallen wie die Polizei mitteilte. Zunächst verständigte eine Zugbegleiterin die Bundespolizei nachdem der junge Mann bei der Kontrolle kein Ticket vorlegen konnte. Mit einem außerplanmäßigen Halt am Kieler Bahnhof wollten die Beamten den Mann fassen, was zunächst nicht gelang. Der Mann erkannte die Beamten und flüchtete aus dem Zug heraus über mehrere Gleise und einen Zaun. Erst am Bahnhofsverplatz wurde der 21-Jährige gefasst. Auch bei der Festnahme verhielt sich der Schwarzfahrer den Angaben zufolge nach wie vor aggressiv. Zum körperlichen Widerstand kamen zahlreiche verbale Entgleisungen gegen die Beamten hinzu. Nach Aufnahme der Person Elien kam der 21-Jährige, der nun unter anderem eine Anzeige wegen Erschleichen von Leistungen erwartet, wieder auf freienfuß.kopyright.deutsche-presseagentur.info.com.deutsche-presseagentur.220402-997703632. 1-Jährige